Wir machen mal eine kleine Spielrunde. Ja, jetzt sitze ich hier alleine und die Babys spielen da drüben. Es scheint Spaß zu haben. Wartet mal. Aber irgendwie glaube ich, mein Schal ist interessanter wie jedes Spielzeug. Aber man darf nicht vergessen, den Schal, den kennen sie. Da habe ich sie nämlich eingewickelt, wo wir sie gerettet haben. Da hatte ich nichts anderes dabei. Bevor sie mich erwürgen, tue ich ihn mal runter. Ich teile ja gern mit meinen Flaschenbabys. Aber schau mal, das ist auch was Tolles, gell? Das ist auch was ganz Tolles. Das ist auch was Tolles. Ich glaube schon mal erwähnt, also drei Stück haben übrigens schon einen Namen. Lass mich mal nochmal gucken, ob ich draufkomme. Also ich glaube da hinten, das ist der Frankie. Dann haben wir hier voll in Action. Jetzt zeig dich doch mal. Der Franz. Und hier der kleine Fidelis. Und für fünf suchen wir noch Namen. Mit dem Anfangsbuchstaben F. Hey, da geht es ganz schön heiß her. Hört ihr das? Wie die Knurren? Rrrr. Rrrr. Super. Ach ja, genau. Jetzt kriege ich gerade von da hinten gesagt, was natürlich ganz wichtig ist. Es fehlt noch ein Jungen-Name und vier Mädchen-Namen. Wäre ja vielleicht auch interessant zu wissen. Dankeschön, Mausi. Gut. 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 Untertitelung. BR 2018